In Phasen großer Veränderungen werden auch innere Blockaden bewusst. Und wenn wir schon alles Erdenkliche versucht haben, aber die Themen immer noch bestehen bleiben, dann dürfen wir uns fragen, wo die Ursachen wirklich liegen. Und das ist nicht immer in diesem Leben, sondern in einem anderen. Die Frage ist daher, was tun? Wie kommen wir an diese Themen heran? Und vor allem, wie lösen wir sie ein für alle Mal auf? Mit Reinkarnation und Jenseitskontakten. Die Probleme dieser Zeit lösen. Jetzt bei Welt im Wandel TV. Herzlich willkommen Tina Nell. Hallo liebe Peggy. Ja, du bist tätig als Medium, Hypnose-Therapeutin, Expertin für Jenseitskontakte, Übermittlerin der Kommunikation, oder wie man immer das auch nennen mag, Autorin. Also du bist eigentlich mehr auf den feinstofflichen Ebenen unterwegs als in der physischen Welt. Das ist richtig. Ich habe es gerade schon eingangs gesagt. Es gibt viele Themen gerade, die hochploppen, die aufkommen oder immer wiederkehrend Bestand haben, bleiben, obwohl wir so vieles tun. Was begegnet dir täglich in der Praxis? Welche Erkrankungen sind gerade vordergründig? Mit was kommen die Menschen? Die Menschen kommen zu mir mit vielen psychischen Problemen, sprich Blockaden. Sie sind zugeblockt und kommen allein aus diesen Geschichten nicht mehr raus. Das heißt, sie bekommen auch andere Erkrankungen, weil Körper, Geist und Seele nicht mehr auf einer Ebene schwingen. Und die Problematik ist, durch die Schnelllebigkeit unserer heute Zeit, ist es so, dass die Menschen es zuerst nicht bemerken. Es wird aber mit der Zeit immer schlimmer, immer schlimmer. Sie gehen zu Ärzten, bekommen eine Diagnose. Hurra, ich habe eine Diagnose. Damit löse ich aber nicht die Geschichte auf. Denn wenn Körper, Geist und Seele nicht mehr auf einer Ebene schwingen, dann bekommen wir Warnschüsse. Und diese Warnschüsse, die merken wir viel zu spät. Wenn sie dann zu mir kommen, ist es schon sehr, sehr schlecht, sehr, sehr schlimm. Und ich fange immer mit der Hypnose an, um die Menschen erst mal auf eine Ebene zu bringen, die sie brauchen, um erst mal Belastungen aufzulösen. Welche Ebene ist das, wenn ich mal fragen darf? Die Ebene, sich wieder selbst wahrzunehmen, mal zu fühlen, mal ein Gefühl für sich selbst zu entwickeln. Um sich mal zu spüren, denn sie spüren sich ja nicht mehr. Und dann sage ich, im Anschluss daran, sollten wir eine Reinkarnation machen, um Karma aufzulösen, um Blockaden sanft aufzulösen. Wobei ich auch ehrlich sagen muss, wir sind nicht im Pfannkuchenland. Es ist immer eine Geschichte, eine Reinkarnation zu machen, weil alles aufgelöst ist. Und wenn alles aufgelöst wird, auch Karma aus vergangenen Leben, es muss doch aufgelöst werden. Wie können wir Menschen denn in Befreiung gehen, wenn nichts aufgelöst ist? Dann bleibt das. Und ich löse das alles sanft auf und eine Reinkarnation dauert zweieinhalb bis vier Stunden. Und dann beginnt die Verarbeitung. Und die Verarbeitung braucht auch ihre Zeit. Das ist nicht, ich bin jetzt fertig. Sie fühlen sich schon gut, aber sie müssen verarbeiten. Es muss nicht gelöscht werden. Löschen ist fatal, aber es muss aufgelöst werden. Ob Karma aus vergangenen Leben oder aus unserem heutigen Leben. Wenn so etwas aufgelöst wird, gibt es Befreiung. Und das ist meine Arbeit. Was ist Heilung für dich? Heilung ist, ja, wenn Körper, Geist und Seele auf einer Ebene schwingen, dann beginnt die Heilung. Also im Einklang. Im Einklang mit uns selbst. Wenn wir nicht im Einklang mit uns selbst sind, was passiert denn? Fühlen wir uns dann wohl? Nein, wir fühlen uns unwohl. Ich sehe sehr viele Menschen und die meisten Menschen können doch gar nicht mehr lachen. Sie sind nur noch traurig und ernst aufgrund der wirtschaftlichen Situation, aufgrund der Corona-Situation, die wir hatten. Und wir bekommen Krankheiten, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Ich sage immer, die Krankheiten, die kommen nicht, weil wir genetisch vorbelastet sind. Die Krankheiten bekommen wir, weil wir nicht auf einer Ebene schwingen. Weil die Blockaden nicht aufgelöst wurden. Darum bekommen wir Krankheiten. Und ich sehe diese Krankheiten als Warnschüsse. Welche Hinweise gibt es, dass ein bestimmtes Themenfeld oder ein Konflikt, der vielleicht gerade spürbar ist, der hochploppt, wirklich die Wurzel oder die Ursache in einem anderen Leben hat? Das können ja auch banale, scheinbar äußere Dinge sein, die aber einen irgendwie plötzlich aus dem Nichts, aus den Schuhen heben. Woran erkenne ich? Und könnte auf die Idee kommen, Mensch, das ist ja kein Zufall. Das muss doch irgendwo anders liegen. Es dauert bei den Menschen immer sehr, sehr lange, bis sie es merken. Ich sagte ja, es kann aus vergangenen Leben kommen. Es kann aber auch in unserer Kindheit liegen. Das, was wir zu Hause erleben, bis zum dritten Lebensjahr suggeriert bekommen von den Eltern. Du darfst dies nicht, du darfst das nicht. Und Eltern, die sich nicht verstanden haben, wo keine Liebe war, kein Gefühl war. Inwieweit ist denn die Kindheit auch die Folge einer Inkarnation? Das ist eine Inkarnation. Wir dürfen ja dann immer wieder inkarnieren, weil wir ja Karma auflösen müssen. Alles, was wir im vergangenen Leben nicht aufgelöst haben, sollte in diesem Leben aufgelöst werden, weil es immer wieder hochkommt, auch als Kind. Die Kinder spüren das viel, viel mehr, auch Energien, was wir Menschen im Erwachsenenalter gar nicht mehr können. Weil wir durch die Schnelllebigkeit völlig zu sind. Die Menschen im Heute, wo leben sie? Sie haben finanzielle Probleme. Sie fühlen sich in ihrem Körper nicht mehr wohl. Der eine nimmt zu, wird immer dicker kompensiert mit Essen. Sie fragen sich, warum nehme ich denn zu? Ja, weil ich kompensiere. Ganz einfach. Dann geht das Selbstwertgefühl runter. Ist logisch. Wenn ich immer dicker werde, die Sachen immer mehr ändern muss. Wo fühle ich mich dann wohl? Das mache ich wiederum mit der Hypnose. Da sind drei Sitzungen erforderlich in wöchentlichen Abständen. Und dann machen wir die Gewichtsreduzierung. Aber auch dazu gehört die Reinkarnation. Warum? Was könnte denn so ein Thema sein? Also wir sprechen ja jetzt, es kommen ja Sachen hoch, die spürbar sind. Also das fühlt sich an wie energetische, ich kann nur von meiner Erfahrung jetzt sprechen, manchmal wie energetische Zwänge, Verbindungen, Blockaden. Also wo ich das Gefühl habe, ich renne gegen eine Wand. Ja, energetisch. Es gibt ja auch so eine Art von Verträgen, die wir spüren, dass wir sagen, Mensch, ich habe mit diesen Menschen schon längst abgeschlossen und irgendwie ist der immer noch im System oder wie auch immer. Was sind typische Dinge, die jetzt aufgelöst werden müssen, um überhaupt in dieser neuen Zeit eben auch im Fluss zu bleiben? Mit der Reinkarnation kann man diese Dinge auflösen. Es ist ja auch viel Trauer im Spiel. Die gehört auch dazu, die Traurigkeit, die du zum Beispiel, ich gehe jetzt mal in den Jenseitskontakt. Du hast häufig auch mal eine Traurigkeit von innen. Du lebst zwar im Außen, aber die Traurigkeit von innen belastet dich ja auch. Und das hat auch alles mit Energie zu tun. In der Partnerschaft, im Gefühl zu sein. Man löst es nicht auf, wenn ich jetzt sage, ich ändere jetzt was, ich ändere mein Essverhalten, ich trinke keinen Alkohol mehr und ich rauche nicht mehr. Damit löse ich das nicht auf. Im ersten Moment denke ich, oh, mir geht es besser. Ich habe mich vom Partner getrennt. Oh, mir geht es besser. Aber im Nachhinein denkst du doch wieder an den Partner. Und du denkst, war ja doch zum Teil eine schöne Zeit. War nicht alles gut, aber vieles war gut. Ja, aber das klingt so, als würde man unbewusst daran festhalten und mit Karma die Dinge auch immer wieder aufleben lassen. Wir wollen ja auch weitergehen. Wir wollen ja wirklich auch irgendwann weitergehen. Und die Themen zeigen sich ja auch nur, weil es jetzt dran ist. Du kannst aber nur weitergehen, wenn es aufgelöst ist. Wenn nichts aufgelöst ist, ploppt es immer wieder hoch. Ohne Auflösung geht gar nichts. Man selbst, der Mensch selbst versucht zu verändern. Aber er kann es nicht selbst verändern, weil er kann selbst kein Karma auflösen. Er kann selbst keine Blockaden auflösen. Und das ist der gravierende Punkt. Es geht weiter, wenn wir Trauer spüren, mit der Trauer leben. Können wir Trauer selbst auflösen? Nein. Trauer kannst du nicht selbst auflösen. Aber wer sagt denn, dass es ums Auflösen geht? Vielleicht geht es ja auch um das Bewusste durch Leben. Wir wissen ja nicht individuell eigentlich, was jemand für ein Lebensthema hat oder warum dieser Mensch diese Erfahrung macht. Dass wir sozusagen auch über das Gelebte und wirklich Bewusstgefühlte, auch in Begleitung, eben auch da durchgehen und dadurch eben auch reifen. Und als Seele uns, wir lernen ja auf allen Ebenen. Wir, nur erfahrene Dinge sind ja gelernte Dinge. Das ist richtig. Das reicht ja auch nicht. Nein. Peggy, es ist doch so. Natürlich sollen wir unsere Erfahrung sammeln. Wir sind alle hier, um unsere Erfahrung zu sammeln. Aber doch nicht auf Dauer. Stell dir vor, der letzte Lebensabschnitt beginnt. Wollen wir dann uns so unwohl fühlen, dass wir sagen, heute geht es mir schlecht, dort tut mir der Rücken weh, da geht es mir mental schlecht. Das kann auf Dauer nicht sein. Und wenn ich den richtigen Weg in dem Moment einschlage, dann kann ich doch in Heilung gehen. Und ist es nicht wichtiger, in Heilung zu gehen, als da auf Dauer zu sagen, ich mache die Lebenserfahrung. Die haben wir doch sowieso schon. Also im Grunde geht es ja auch darum zu sagen, ja, überhaupt für möglich zu halten, die Ursache eines Themas liegt, wenn wir es hier nicht finden, mit allen möglichen Dingen, die wir versucht haben, womöglich in einem anderen Leben. Es gibt ja auch, wie du sagst, in Jenseitskontakten noch Verträge, Verstrickungen oder energetische Verbindungen, die nicht Friede, Freude, Eierkuchen nur sind, wenn die hergestellt werden. Das heißt, auch Verstorbene sind in unserem Energiefeld noch vorhanden. Richtig. Genau. Warum? Wenn jemand geht, ist nicht die ganze Energie dieser Seele weg, sondern ein Teil dieser Energie bleibt ja hier. Und genau mit dieser Energie leben die Menschen. Und die Trauer ist ein großes Feld, ich gehe jetzt mal in Felder. Es ist der Mensch, der hinterblieben ist, der ja leidet. Und da kann man mit einem Jenseitskontakt den Menschen auch in Ordnung bringen. Es ist aber auch die Trauerverarbeitung, die dazu gehört. Auch dieses mache ich mit der Hypnose, weil für mich gehört alles zusammen. Es ist eine Geschichte. Die Reinkarnation, der Jenseitskontakt und die Hypnose. Und um den Menschen in Ordnung zu bringen, benötige ich diese drei Schlüssel, um das Tor zu öffnen. Und umso weiter das Tor aufgeht, umso mehr kann der Menschen Heilung gehen. Guck mal, der Jenseitskontakt ist so, dass die Menschen mit ihren Lieben nochmal in Kontakt treten dürfen. Oder auch weniger Lieben. Oder auch weniger Lieben. Naja, es gibt ja nicht nur gute Beziehungen mit jenen, die gehen. Nee, die sind nicht immer lieb. Hast du eine Geschichte für uns, wo du sagst, oh, damit habe ich nicht gerechnet? Wo vielleicht auch, wo du sagst, ich habe einen Jenseitskontakt hergestellt und da schoss eine Energie durch mich durch, die erst mal Wut entbrannt, was loswerden wollte. Das habe ich alles schon gehabt. Und was immer spannend ist, das habe ich auch vor kurzem erst gehabt, jemand aus Bayern. Und dann hat diese Seele immer im bayerischen Dialekt gesprochen und ich habe den kaum verstanden. Also das war schon mal so eine Kartwanderung, wo ich dann auch immer sagen musste, sag es doch mal bitte auf Hochdeutsch. Ich verstehe es einfach nicht. Hat er dann auch versucht, war gut. Und natürlich, die Hinterbliebene, wir haben beide so gelacht. Ein Jenseitskontakt heißt ja nicht, dass wir nur ganz traurig sein müssen. Wir müssen einfach nur sitzen und sagen, oh Gott, ich bin traurig. Sie dürfen ja traurig sein, aber es ist auch lustig. Weil manche Seelen erzählen dir Sachen, die ich eins zu eins wiedergebe, die spannend sind. Also sobald was Privates geteilt wird, wird es öffentlich dann über alle leben. Also nichts bleibt verborgen. Ganz gleich, was du in der Stunde in den Kammerlein gemacht hast. Ich erzähle es irgendwann über, selbst wenn ich gehe, erzähle ich es irgendwann. Genau, es ist wirklich schön. Und ich liebe das. Und auch mit Tieren, wenn sie gegangen sind, ist genau dasselbe. Es ist irre. Wie kommunizieren die denn mit dir dann? Mental. Weil bayerisch und hundisch, ich meine... Ist ein Unterschied, aber die Tiere zeigen es dir anders auf. Das verstehst du immer. Ja, die sind mehr im Gefühl. Und wir Menschen sind mehr rational. Und die Seelen erzählen es dir auch rational. Sie erzählen dir aber auch böse Dinge, was sie gemacht haben. Und ich habe schon Dinge erlebt, die dann doch sehr unangenehm waren, weil ich sie dann nachfühlen darf. Ich fühle ja auch, wenn die Menschen, die zu mir kommen, zum Jenseitskontakt, woran sind sie denn gestorben? Was war die Ursache der Erkrankung? Das darf ich alles erfahren. Und es ist ja auch wichtig beim Jenseitskontakt, den Wahrheitsgehalt zu haben. Mir braucht keiner was erzählen. Ich weiß es dann. Und das ist die Erkrankung. Wo hat die Seele gelebt? Die Seele, die zu dir gehört, die weiblich ist, hat hier in diesem Bereich gelebt. Das muss Thüringen sein. Das ist ländlich. Ja, es ist so. Und die stand dir sehr, sehr nahe. Ach, redest du von mir gerade? Natürlich. Was denkst du denn? Ich habe, naja, ich habe jetzt gehört. Ich dachte, ich habe nur Thüringen gehört. Das hat das mit mir zu tun. Ja, ja, natürlich. Und wir sind jetzt. So, ist so. Aber inwieweit darf man überhaupt in diese Felder gehen? Oder ist das, also, du bist ja sozusagen eine Botschafterin. Ich bin der Kanal. Und da muss man doch eigentlich gar nicht in die Hypnose gehen, wenn du es eh empfängst, oder? Doch. Doch für die Person selbst. Für die Person selbst. Die muss ja auch in Heilung gehen. Weißt du, der Jenseitskontakt, da haben sie den Kontakt mit ihren Hinterverstorbenen, ja? Mit den Seelen. Aber sie müssen doch auch in Heilung gehen, mental. Der Hinterbliebene. Wie kann er denn in Heilung gehen? Mit dem Jenseitskontakt ist eine Geschichte. Aber mit der Hypnose mache ich eine Trauerverarbeitung. Was ist denn mit unserer Eigenverantwortung? Weil viele sprechen ja von Fremdenergien, dunkle, schwarzmagische Kräfte, ja? Weil Leute Rituale machen, Verzauberung machen oder es gibt ja alles auf diesem Planeten. Und inwieweit sind wir jetzt auch aufgerufen, genau uns bewusst zu machen überhaupt, was wir aussenden und wie wir sozusagen denken und sprechen und handeln? Wir sind, wir sehen unseren Körper. Wir sind aber im Grunde genommen nur Energie. Und es gibt negative Energie. Wenn jetzt dir jemand gegenüber sitzt oder du gehst irgendwo hin, wer sehr negativ ist, wer dich auch nicht mag, du bekommst es dann von, genau von diesem Menschen bekommst du es ab. Und wunderst dich selbst, was ist das? Das habe ich vorher nicht gehabt, war ich gut drauf. Das sind negative Energien, die dir geschickt werden. Das muss aber nichts dann mit einem, also wenn dir wiederkehrend negative Menschen zum Beispiel begegnen, muss es ja nicht zwangsläufig auch eine Reinkarnation-Thema sein, sondern das sind einfach neidische Blicke, Neidgesellschaften, Missgunst. Natürlich. Das stimmt so. Wenn ich aber in meiner Zentrierung bleibe, sprich in meiner positiven Energie, kann mich die Negative gar nicht belasten. Aber aufgrund der Blockaden, die die Menschen hier nun haben, aufgrund ihrer Kindheit, aufgrund vergangener Leben und aufgrund des Heute und des Jetzt, bekommen wir diese Dinge natürlich verstärkter, als wir es uns vorstellen. Und alles ist Energie, auch Pflanzen sind Energie. Gibt es sowas wie so einen richtigen Attacken wirklich oder? Die gibt es wirklich. Wir sind der Empfänger. Das ist so. Und ich sage immer, du bist der Filmemacher. Wenn du offen bist, kannst du aufnehmen. Es gibt auch Verwünschungen, es gibt sogar Flüche. Das hat es schon in anderen Kulturen gegeben. Ist so. Genau wie viele Kulturen seit Jahrtausenden die Idee der Wiedergeburt haben. Es ist einfach so. Nur im Heute sind die Menschen viel spiritueller und möchten natürlich, dass es ihnen gut geht. Ich sage immer, lebe, liebe, lache. Bleib in deiner Mitte, bleib in deiner Zentrierung. Inwieweit sind eigentlich auch diese Blockaden oder die Grenzen, die die Menschen jetzt spüren, überhaupt die Öffnung erstmal zur Spiritualität? Weil wir waren ja auch lange entfernt von diesen Themen und wurden auch von der Kirche auch davon ferngehalten. Da gab es ja den Priester als Übermittler zwischen Himmel und Erde. Da war ja es gar nicht gewünscht, dass der Mensch persönlich in Kontakt mit Gott tritt. Das ist richtig. Aber die Kirchen selbst haben es ja damals schon zelebriert, die Idee der Wiedergeburt. Nur es kam nicht hoch, es ploppte nicht hoch. Das wurde immer ganz hinter verschlossenen Türen gemacht. Und jeder, der darüber gesprochen hat, der wurde verurteilt. Ganz einfach. Als Hexe verbrannt, wie auch immer. Jede Heilerin wurde diskriminiert. Es zieht sich eigentlich bis ins Heute, bis ins Jetzt. Es ist ja nichts anderes. Es hat sich nichts verändert. Es hat nur einen neuen Form immer nur wieder. Genau, es hat nur einen anderen Begriff heute. Und wie gesagt, der wichtigste Aspekt unserer Geschichte ist, bleib in deiner Zentrierung, bleib in deiner Energie. Lasse deine Blockaden auflösen. Wenn du traurig bist, weil jemand verstorben ist, ein schöner Jenseitskontakt, anschließend schöne Trauerverarbeitung, ist das Beste, was du machen kannst. Wenn du Gewichtsprobleme hast, lass sie auflösen. Geh an die Ursache. Die Ursache ist die Lösung für mich. Du sagst immer wieder, das wird Trauer. Da würde ich gerne noch mal reingehen. Ja. In Zeiten großer Veränderungen geht es ja, meiner persönlichen Meinung nach, um Loslassen und Neues einladen. Und wer nicht loslässt, wird irgendwann ein bisschen stocken. Wenn Neues auf einen zukommt. Und inwieweit ist denn Trauerbewältigung auch wirklich der Prozess des Loslassens und das Vertrauen finden in die Zukunft, die man noch nicht kennt? Das Problem des Loslassens, wenn jemand verstorben ist, das Verrückte an der Geschichte ist, auch wenn Menschen die Bösewahn gehen, halten wir sie trotzdem fest. Warum halten wir sie fest? Wir halten an den Menschen und sehen dann auf einmal die Dinge, die ja doch gar nicht ganz so schlecht waren. Und wir halten das fest und geben uns dieser Bauer hin. Und dann bekommen wir auch wieder diese Warnschüsse, dass Körper, Geist und Seele nicht mehr auf der Ebene schwingen. Aber eigentlich ist es doch auch schön, wenn wir, also ich habe festgestellt, wenn ich wertschätzend bin, einer Beziehung gegenüber, Umständen gegenüber, ganz gleich wie sie sich dargestellt haben, durch das Üben der Wertschätzung hat sich meine innere Haltung verändert. Und dadurch konnte ich weitergehen. Ich habe mich damit befreit und eben mich geöffnet für Neues, dass es kommt. Als ich noch an das Negative gedacht habe oder der Fokus auf die Schmerzen war, war ich verschlossen dem Neuen gegenüber. Ja, du musst dich ja auch öffnen. Ich sage nur, du gehst einen anderen Weg, was die meisten Menschen nicht können. Sie kommen nicht auf diese Ebene, wenn sie nichts dafür tun. Von alleine kommt das nicht. Geht einfach nicht. Wir Menschen sind wahre Meister der Verdrängung. Ist so. Und umso mehr für Verdrängen, es geht alles eine gewisse Zeit lang gut. Wie viel Schatten macht uns denn aus? Was meinst du denn, wie viel Bewusstheit haben wir eigentlich wirklich? Viele meinen ja schon, sie haben ihre Themen gelöst. Und wie siehst du das? Sie meinen für sich, sie hätten ihre Themen gelöst. Stell dir das Unterbewusstsein wie ein Festplattenspeicher vor, der speichert. Wie kann ich das selbst lösen? Gar nicht. Geht nicht. Komme ich selbst nie ran. Ich kann ganz viele Seminare machen und denke, jetzt habe ich doch was erreicht. Mega. Ich habe auch den Einmaleffekt. Ich habe den auch ein paar Tage. Aber das, was im Festplattenspeicher sitzt, muss auch aufgelöst werden. Das bleibt doch da drin. Und somit kann ich von Seminar zu Seminar gehen. Ich habe immer diesen Einmaleffekt. Aber ich komme nicht auf die Ebene, wo ich eigentlich hin möchte. Wo ich hingehöre. Dass Körper, Geist und Seele schwingen. Also was ich jetzt spannend finde in der jetzigen Zeit. Vorher hatten wir so eine krassen, ich sage es jetzt mal bewusst krassen Themen nicht. Mit großen Umwälzungen weltweit. Wenn wir konfrontiert werden. Wie lange hatten wir denn, ich sage es mal jetzt in Mitteleuropa, keine Kriege? Das ist richtig. Ich sage mal jetzt waren, naja es ist jetzt nicht ganz so lange her. Aber im Grunde waren wir jetzt ein paar Jahre oder ein paar Jahrzehnte in Frieden. Und Kriegsthemen auch in der Presse und Überschriften und auch untereinander die Menschen. Gibt es ja Situationen, wo jetzt aber so uralte Themen hochkommen. Und die ein größeres Ausmaß haben, die wir vorher gar nicht gespürt haben. Sondern durch die äußeren Umwälzungen und Geschehnisse werden die jetzt erst aktiviert. Wieso, dass jetzt erst die Zeit für diese großen karmischen Themen dran ist. Viele alte Menschen, die zu Kriegszeiten schon gelebt haben, für die ploppt alles hoch. Sie erleben diese Geschichten ja im Grunde genommen nochmal. Auch wenn sie sie nicht selbst erleben, aber mental haben sie sie erlebt. Und somit ploppen auch diese Themen hoch. Und umso mehr wir uns damit beschäftigen, umso schlimmer kommen unsere eigenen Themen hoch. Und das sind genau die Themen, die wir selbst nicht verarbeitet haben. Gibt es eigentlich einen angstfreien Menschen? Ich glaube nicht. Irgendwo ploppt immer was hoch, wenn es im Fahrstuhl ist. Ist so. Oder Höhenangst. Weil Angst ist doch eigentlich auch ein sicheres, ist ja eigentlich auch eine Wareneinrichtung vom Körper. Und bereitet uns vor, da ist ein Instinkt, der sagt, hier musst du vorsichtig sein. Höre auf dein Bauchgefühl. So sehe ich das. Wenn ich merke, da kommt was hoch, dann gucke ich erst mal hin, wo kommt das her? Und dann muss es aufgelöst werden. Denn wenn ich jetzt irgendeine Geschichte machen würde, die mir helfen soll, ob es beim Arzt ist, wo auch immer. Ja, ich persönlich habe die Einstellung, ich weiß, wie ich mir helfe. Und es geht immer. Und die meisten Menschen sind doch gar nicht mehr zufrieden. Wo denn? Sie haben Beziehungen, wo sie nicht mehr glücklich sind. Sie vergessen, dass sie ja auch irgendwann mal in dieser Beziehung im Gefühl waren. Ja, auch glücklich. Und Schmetterlinge im Bauch hatten. Ja, sie wissen nicht, dass irgendwann alles zur Gewohnheit geht, wird. Wenn man es nicht zur Gewohnheit werden lässt, dann bleibe ich auch im Gefühl. Aber aufgrund unserer Schnelllebigkeit, der Mensch wird dann wütend, weil sie auch Probleme haben, ob es finanzieller Natur ist, was auch immer. Aber wenn ich doch in meinem Gefühl bleibe, das Gefühl hat doch nichts mit dem finanziellen Aspekt zu tun. Das Gefühl hat doch mit mir selbst und mit dem Partner zu tun. Das ist der Punkt. Und nur, weil ich es zur Gewohnheit werden lasse, das ist der falsche Weg. Darum lassen sich viele Menschen scheiden. Na gut, es gibt aber auch Beziehungen, die dieser neuen Zeitqualität nicht mehr standhalten. Die sind sozusagen auch zusammengeführt worden aufgrund von Kindheitsthemen oder Bedürftigkeitsstrukturen. Und viele Beziehungen spüren das ja, die sind in so eine Leblosigkeit vielleicht auch gefahren. Und jetzt ist die Zeit, wo vielleicht beide auch sagen, irgendwas stimmt hier bei uns nicht mehr. Die vielleicht auch einen karmischen Auftrag hatten und jetzt gelöst werden sollen. Was habe ich denn davon, wenn ich es jetzt löse und sage, nun trennen wir uns. Das wird mir so lange begegnen, bis ich es aufgelöst habe. Und immer wieder dieselben Beziehungen. Habe ich mich da verbessert? Im Grunde genommen doch nicht. Na sind denn Beziehungen, kann man sagen, oder wie siehst du das, sind das Lerneinrichtungen, karmische Hilfen? Also Hilfen für karmische Themenauflösung. Auch. Wir sollen ja unsere eigenen Themen auflösen. Wir sind doch alle leer hier, um zu lernen. Und wie können wir lernen, wenn wir nicht irgendwelche Dinge erleben müssen, die natürlich nicht immer so toll sind? Gehört dazu. Aber die anderen Sachen, wie die Blockaden und das, was aufgelöst werden muss, der bessere Weg ist, es aufzulösen. Damit gehe ich in Befreiung und die Befreiung zu spüren, ist richtig schön. Wie fühlt sich ein befreiter Mensch an für andere und wie fühlt er sich selbst? Was macht dieser Mensch, was macht ihn so anders dann? Er verändert sich von innen heraus. Er bekommt die Befreiung, dass die Themen aufgelöst sind, das spürt er. Wenn die Menschen auf der Liege bei mir liegen und aufwachen und sagen, jetzt fühle ich mich das erste Mal richtig wohl. Und sie können lächeln. Und du siehst, Koko ist ja nun immer dabei, dass sie hingeht. Dann weißt du, jetzt hast du alles erreicht, was du erreichen wolltest. Und die Menschen spüren es so schön. Und es gibt doch nichts Schöneres, als wenn der Mensch es spürt und sagt, oh, ich fühle mich gut. Das soll er auch. Das ist mein Bestreben. Ich liebe es, Menschen zu helfen, um sie auf ihren Weg zu bringen. Und das macht Spaß. Das ist mein Weg. Koko ist immer dabei. Koko findet das schön. Die liebt die Hypnose. Sie ist immer dabei. Sie ist tiefenentspannt. Die bellt nicht, die beißt nicht. Sie ist mal durchgeknallt, läuft mit 80 Stundenkilometer durch den Garten. Das ist ein glücklicher Hund. Und wenn ich selbst aber negativ bin, wie kann der Hund dann glücklich sein? Also ich kenne sie nur schlafend. Und liegen und gucken. Also sie ist präsent, ja. Aber für mich ist das schon so ein Bild, als hättest du immer ein Baby auf dem Arm. So benimmt sie sich auch. Aber das ist schön. Wir sind eine Einheit. Weil bei mir Körper, Geist und Seele auf meiner Ebene schwingen. Und das spürt das Tier natürlich ganz stark. Die würde nicht so lange so liegen, wenn sie das nicht spüren würde. Die sind nur auf der Gefühlsebene. Schon schön. Also ich würde gerne nochmal kurz auf das Thema energetische Verbindungen, die scheinbar sich nicht lösen lassen. Wir haben ja nicht nur mit Menschen, mit denen wir ein Leben teilen, im privaten Kontakt. Wir haben ja auch mit schwierigen Persönlichkeiten im Leben zu tun. Was könnte da ein Hinweis sein, dass wir mit diesen Menschen schon in verschiedenen Inkarnationen durch verschiedene Erfahrungen sind? Und dass es jetzt dran ist, hier das abzuschneiden, im Sinne von zu heilen. Es wird uns so lange begegnen, wenn wir zum Beispiel auf einer Arbeitsstelle sind. Es werden uns immer wieder die Menschen begegnen, die so ähnlich sind wie bei der anderen Arbeitsstelle. Und täglich grüßt das Murmeltier. Es wiederholt sich. Warum? Weil es unsere eigenen karmischen Themen sind. Und solange wir diese karmischen Themen nicht aufgelöst haben, werden sie uns immer wieder begegnen. Ob in der Partnerschaft, egal in welcher Situation, sie begegnen uns wieder. Und das muss aufgelöst werden. Sonst haben wir das immer und immer wieder, immer wieder dieselbe Geschichte. Wenn sie sich auch anders anfühlt. Aber es ist im Grunde genommen dasselbe. Wir fragen uns doch auch, wenn ein Mensch geht, warum ist dieser Mensch denn gerade jetzt gegangen? Aus welchem Grund? Weil es der Weg des Menschen war, der Seele, die gehen musste. Und nicht, weil es unser Weg war, sondern wir durften die Seele durch viele Jahre begleiten. Sie hat uns geformt, ob es die Mutter war, ob es großväterlich war, ob es Kinder sind, die gehen. Wir durften sie einen Schritt weit auf ihren Weg begleiten. Und so ist der Weg. Ein Kommen und ein Gehen. Und wir dürften eigentlich dankbar dafür sein, dass wir sie so lange begleiten. Was sagst du denn zu diesem Satz, der schon in Märchen und Mythen ein wichtiger Satz ist, dass nur die wahre Liebe den Bann, den Zauberbann bricht. Ja. In der Tiefe. Was ist für dich wahre Liebe und ist das möglich, so Bannengeschichten mit der Liebe, mit der wahren Liebe aufzulösen? Ja, das kann man schon. Das heißt aber nicht, dass wir mit der wahren Liebe, die sollten wir leben. Ja? Aber damit lösen wir trotzdem keine Blockaden auf. Die können wir damit nicht auflösen. Aber wenn sie aufgelöst sind und dann in die wahre Liebe kommen, dann können wir viel erreichen. Ganz, ganz viel. Und das ist wichtig, um sie auch richtig leben zu können. Es ist doch alles nur ein Gefühl. Was ist Glück? Glück ist ein Moment. Ist eine Momentaufnahme. Ja? Und wir denken, wir wollen doch eigentlich immer glücklich sein. Du kannst nicht immer glücklich sein. Das Leben hat auch ein paar Schattenseiten. Aber wenn du in der Zentrierung bleibst, dass wirklich alles aufgelöst sind, Körper, Geist und Seele auf einer Ebene schwingen, dann bleiben wir im Gefühl. Und das Gefühl ist schön. Und so sollte es auch sein. Das ist wichtig. Du kennst das ja auch, das Gefühl, dass du einen Menschen siehst oder schon spürst, auch in der Familie. Es gibt ja da so Phasen, wo du merkst, einer baut jetzt ab. Oder man glaubt, weil er oder sie älter ist, ist er der Erste, der dann geht. Oft ist es so, dass dann man überrascht ist, wer dann eigentlich parallel schon kränkelt oder was im Stillen, im Inneren vielleicht sich schon entwickelt hat und nicht sichtbar war. Inwieweit können wir, wenn wir in diesem Gefühl sind, auch bewusster wahrnehmen, wer sich jetzt verabschieden wird und die Zeit auch nutzen, dass man dann wirklich liebevolle miteinander umgeht und noch Zeit zusammen verbringt, um eben die Liebe da zu leben. Weißt du, das Problem ist, dass der Mensch in diesem Moment, der dann schon spürt, dass jemand gehen könnte, wer uns nahe steht, der wird schon traurig. Damit geht es schon los. Verstehst du, was ich meine? Und dann blocken wir uns mit unserem eigenen Gefühl zu. Wenn wir im Gefühl wären, ich sehe zum Beispiel, wenn jemand geht, ich sehe die Erkrankung, die der Mensch hat und weiß, der geht. Ja? Und ich habe, nehme ich davon nicht aus, bei meinen eigenen Eltern, als mein Vater gegangen ist, ich wusste natürlich vorher, wann er geht, und ich habe mit ihm noch im Krankenhaus die Hypnose gemacht und habe ihn auf seine Ebene gebracht. Aber ich war nicht traurig. Eine gewisse Traurigkeit schon, aber ich wusste, ich bin ein Filmemacher, ich übertrage es. Und dementsprechend bin ich den Weg mit ihm gegangen. Und das war ein schöner Weg. Können wir sagen, dass die schmerzgebundene Energie, unsere Trauer, in Wahrheit der Klebstoff ist von einem Leben ins andere, dass wir durch den Schmerz oder das nicht loslassen können, wir das ins nächste Leben mitziehen. Das ist eigentlich die Unfähigkeit, loszulassen, weil wir mit Schmerz identifiziert sind, ins nächste Leben gehen mit diesen Themen. Und wenn wir das jetzt lernen, gar nicht mehr mitnehmen. Das ist richtig, aber das können wir nicht lernen so. Das können wir auf einer normalen Ebene nicht lernen. Was heißt für dich normale Ebene? Das kann ich dir sagen. Der Mensch, der keine Reinkarnation hat. Das ist die normale Ebene. Wenn ich erst mal die Reinkarnation, die Hypnose oder auch im Jenseitskontakt hatte, Trauerverarbeitung, dann kann ich in Befreiung gehen und nehme es nicht in das nächste Leben mit. Wenn es denn nicht aufgelöst ist, nehme ich es in jedes Leben mit, bis es aufgelöst ist. Und wir haben die rühmliche Aufgabe, immer weiter zu lernen. Viele sprechen ja auch von diesen Sternkindern oder Kristallkindern und neue Seelen, die jetzt hier inkarnieren. Inwieweit bestätigst du so etwas, dass es Menschen gibt, die hier auf diesem Planeten sind, die gar kein Karma mehr haben? Dann haben sie ihr Karma aufgelöst. Dann haben sie ihre eigenen Themen abgearbeitet. Dann haben sie auch kein Karma. Aber es gibt keinen Menschen, der kein Karma hat. Keinen. In dem Moment, wo du lebst, erschaffst du es ja eigentlich. Natürlich. Aber wenn ich zum Beispiel eine Entscheidung treffe, nicht jede Entscheidung, die ich treffe, ist für jeden angenehm. Das ist richtig. Ich sage zu einer Sache ja, das bedeutet zu einer anderen womöglich ein nein. Und da ist jemand verletzt oder fühlt sich verlassen oder benachteiligt. Warum auch immer, wie dieser Mensch dann darauf reagiert. In dem Moment erzeuge ich da schon Karma? Oder ist es einfach, weil ich meinem Seelenweg, meinem inneren Gefühl, meinem Herzen folge? Ist das dann das Thema des anderen oder ist es auch meins? Beides. Es ist das Thema des anderen und dein eigenes Thema. Wir leben immer beide Themen, auch in der Partnerschaft. Du lebst beide Themen. Und das ist schon ganz gut so. Nur wichtig ist, dass diese ganzen Themen auch mal aufgelöst werden. Naja, aber wenn wir es immer wieder gleich erzeugen durchs Leben und wir das auflösen, dann sind wir eigentlich ununterbrochen damit beschäftigt. Und in der Zukunft wird es dann so sein, dass wir es selbst können, je weiter wir vom Bewusstsein dann sind, oder? Nein, unser Unterbewusstsein ist der Punkt. Wie kannst du selbst was auflösen, wenn es im Unterbewusstsein ist? Geht doch gar nicht. Wir werden ja als Menschheit auch bewusster. Guck mal, zum Beispiel so eine Themen, die du gerade ansprichst, waren ja noch vor 20, 30 Jahren für viele noch... Tabuthema. Jetzt wiederum sind wir in einem Bereich, und hier sitzen ja mehrere Menschen oft vor mir, die allerlei Erfahrung haben in den verschiedensten Bereichen. Das heißt, wir wachsen ja auch alle kollektiv. Und verändern uns, und uns wird immer bewusster, dass es eben auch feinstoffliche Ebenen gibt, dass es womöglich auch Leben nach dem Tod gibt. Jeder auf seine Art, in seinem Grad, wird ja konfrontiert mit diesen Themen, früher oder später. Das heißt, irgendwann in der Zukunft werden wir ja leichter sein. Jein. Wir kommen immer wieder auf denselben Punkt. Ohne Auflösung. Keine Befreiung. Also mit Auflösung natürlich. Dann ist die Freiheit da. Aber dann sind ja Menschen, weil wenn du immer Nein sagst, so die Leute, die zu dir kommen und dann aufgelöst sind, die sind ja dann glücklicher. Ja, natürlich. Wie du sagst. Und dann gehen sie ja weiter und erzeugen ja dann in dem Sinne eine ganz andere Energieform. Eine ganz andere neue Welt. Natürlich. Das heißt, irgendwann braucht es das ja nicht mehr, oder? Wenn alles aufgelöst ist, braucht es das nicht mehr. Ja, das sind doch schöne Zukunftsaussichten. Das sind super Zukunftsaussichten. Nur wenn es nicht aufgelöst ist, leben wir es weiter und wir bekommen Erkrankungen. Alles, was wir nicht hier brauchen können. Und das ist das, was ich so schade finde. Sie könnten ganz anders leben, aber sie leben nicht anders, weil sie in ihrer Geschichte drin sind. Was ist denn das größte Kollektivthema der Menschheit gerade? Was glaubst du? Was ist hier karmisch, als die, die hier sich als Gruppe oder als Kollektiv empfinden, jetzt lernen dürfen? Was ganz wichtig ist, dass Körper, Geist und Seele auf eine Ebene kommen? Dass das Selbstwertgefühl aufgebaut wird, dass man an die Gewichtsreduzierung geht, damit der Mensch sich mal wieder richtig wohlfühlt und dabei bleibt. Und Jenseitskontakte ist wunderschön, sowie die Trauerverarbeitung. Das sind die allerwichtigsten Themen. Und Chakrausgleich. Ah ja, sind wir beim Thema. Weil ich dachte, hier liegt der, ich habe ich noch gerade gesehen. Das hast du selbst gesprochen. Das habe ich selbst besprochen. Mit deiner hypnotisierenden, weichen Stimme. Genau. Und damit hilfst du Menschen, dass sie in sich, in diesen Ausgleich kommen und alles im Grunde in sich selbst balancieren. Ich habe selbst ganz viele Meditationen ausprobiert und habe mich immer gewundert, ich habe ja auch mal angefangen, irgendwann zu lernen, habe mich gewundert, warum diese Meditationen sich für mich nicht gut angefühlt haben. Das habe ich auch auf das Thema. Ich fühle mich dann so reingezogen oder so manipuliert. Ich kann das gar nicht erklären. Manchmal habe ich so das Gefühl gehabt, nee, das höre ich mir jetzt nicht an. Weißt du, was ich meine? Ja, aber viele Menschen sagen, das tut mir gut, aber sie wissen nicht den Hintergrund. Und als ich feststellte, woran es denn gelegen hat, haben wir selbst eine CD gemacht. Mit meiner eigenen Stimme, weil ich zentriert bin. Ich bin mit Körper, Geist und Seele auf einer Ebene. Und die mache ich für mich sogar selbst jeden Tag. Und es gibt keine Meditation, die mit Hypnose ist. Ich mache sie mit Hypnose. Warum? Zuerst kann ich den Menschen schon mal auf eine schöne Ebene bringen, dass er sich fallen lassen kann. Und wenn er sich fallen lässt und dann den Chakranausgleich bekommt, dann hat er auch den Effekt, den er braucht. Und ich habe keinen Negativ-Effekt, das ist der Unterschied. Denn wenn der Mensch, der die Meditation bespricht, nicht in Ordnung ist, dass da nicht Körper, Geist und Seele auf einer Ebene sind, dass er selbst ganz viele Probleme hat, das ziehe ich dir alles in die Meditation mit rein und darf es anschließend noch miterleben. Und das habe ich dann gelernt und das habe ich gelassen. Daher ist diese CD entstanden. Tja, dann lösen sich ja schon mal ein paar Themen allein, wenn man sich der Meditation widmet. Das wäre schön. Ist angenehm. Also du hast in Schriftform, in Buchform, in Hörform, also für jeden Sinn etwas dabei. Ja. Ja, und auch in Streichelform mit den Tieren. jemand, der mit dir in Verbindung treten möchte, geht einfach über deine Homepage, oder? und kontaktiert dich schriftlich per E-Mail und alles andere wirst du dann sicherlich auch persönlich dann besprechen und schauen, was da dran ist. Ja, Tina, danke, dass du uns immer wieder einlädst und abholst und immer wieder bewusst machst, dass wir Verantwortung haben für die Vergangenheit, aber auch für die Zukunft. Das stimmt. Ich danke dir. Ja, und ich sage mal so, Tiere sprechen Bände, ne? Das stimmt. Daran merkt man immer viel, ne? Danke für dein Dasein. Danke, dass du uns heute wieder mitgenommen hast und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und Teilen dieses Momentes. Tschüss und bis bald. Die Welt ist im Wandel und wir mit ihr. Wir haben Visionen, Wünsche und Träume, die wir jetzt in die Tat umsetzen wollen. Und damit uns das gelingt, verabreden wir uns. Ihr Lieben, das ist eure Einladung für den Welt-im-Wandel-Kongress 2024. Und die, die schon mal mit dabei waren, wissen, dass da die Poster geht. Und damit ihr euch jetzt schon mal freuen könnt, werde ich euch verraten, wer mit dabei ist. Christina von Dreimel, Dieter Bröers, Armin Riesi, Pratso, Thomas Young, Christiane Hansmann, Tim Taxis, Rade Maritz, Stefan Mayer, Christiana Schweitzer, Joe Meinberg, Vera Brandes, Dr. Milan Meder und Sabine Lienek. Und so wie immer gibt es neben den Vorträgen und Interviews auf der großen Bühne Workshops, Seminare und Aussteller. Seid ihr bereit für eine neue Begegnung? Die Tickets gibt's jetzt. Und für die unter euch, die jetzt Feuer gefangen haben, auch zum Frühbucher-Rabatt. So, lasst uns rocken, lasst uns feiern und wiedersehen am 26. und 27. Oktober in der Kongresshalle Würzburg. Wir freuen uns auf euch. Tschüss. Musik 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 Musik